Für euch komme ich runter, weil ich habe ja eigentlich damit gar nichts zu tun, mit dem Katzen. Aber Sie verfolgen die Preisverleihung schon ein bisschen? Nee. Nee? Nee. Im letzten Jahr war ich nominiert für so einen Kinderfilm und das fand ich auch lustig, weißt du, mal nominiert zu sein. Weil ich habe damals ja mal auch einen Bundesfilmpreis gekriegt und dann noch den Charlie Chaplin Schuh und mehr wollte ich nicht. Ist das so? Ja, ist mein Ernst. Damals gab es für den besten Schauspieler in Deutschland Charlie Chaplin Schuh und das hat mir gefallen. Weil Charlie Chaplin war mein Lehrer. Buster Keaton, Marx Brothers, das waren meine Lehrer. Sie haben ja eine großartige Karriere auch schon hingelegt, kann man sagen. Gibt es so den einen schönen, wichtigen Moment? Ja, das, 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 also mein ganzes Leben, da sind so viele schöne Momente, das kann ich nicht sagen. Also, ganz schön war, äh, ähm, zum Beispiel, äh, Peter Sellers zu treffen, wenn sie das meinen. Ich will von meinen Sachen gar nicht, was ich da, äh, gemacht habe, sondern so die Menschen, die ich da getroffen habe. Peter Sellers, und das war ja mein Held, also den, den fand ich auch so toll. Und den habe ich getroffen. Und der guckte sich, äh, bei Ariflex in München, guckte der sich einen Film an. Und der Vorführer rief mich an, weil ich ja auch da viel gemacht hatte. Und sagte, du musst kommen, weil da sitzt nur, er sitzt drin. Und, und dann, äh, wenn du auf der Leinwand bist, er brüllt sich kaputt. Und, und, er war eigentlich gekommen wegen meiner Partnerin, einer Blonde, die, ein schönes, schönes, kluges Mädchen, die war keine Schauspielerin, die war, äh, ein, ein Model. Ja, und hat damals so, Klaus Lemke, kennen Sie? Na, und mit dem Klaus Lemke habe ich das gemacht. Und, äh, was, was, was soll ich jetzt hören? Ich hatte eigentlich noch einen besonderen und schönen Moment. Ach, das, das sind, das sind, da gibt es tausende Momente. Und das war, als ich Peter Sellers traf, zum Beispiel. Und dann ging das Licht an und er sagt, oh, you are so great. Und er sagt, no, you are great. Und er sagt, no, you are so great. You are much more great. Und wir haben nur uns beillt. Das war sowas von toll. Und dann habe ich mit dem, äh, eine ganze Woche im, im, im englischen Garten, der hat da im Hotel gewohnt und ich wohnte da im, hatte da ein Apartment. Und wir haben uns dann immer getroffen und bin da, sind da im englischen Garten, haben wir dann uns, äh, damals amüsiert. Und, äh, sind das? Ja, und der froh, der fragte mich dann damals, das war ja so, 16 Jahre, sagt er, you got something to smoke? Is, yeah, what do you mean, äh, Peter Stuyvesant, Marble? No, I mean, I mean, oh, of course, what do you want? Und ich hatte ja, da, ich hatte, ja, ich hatte ja verschiedene Sorten damals, so Krümelchen. Und dann haben wir also, äh, äh, wunderschöne, eine wunderschöne Zeit verbracht. Und dann, äh, hatte, habe ich den, den Manager von ihm kennengelernt, der war, da bin ich dann noch hin und der wollte mich unter Vertrag nehmen und so. Da dachte ich, ja, okay, aber ich hatte auch so viel zu tun. Und das war ja meine, ich hatte ja dann einen Rand über, 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 paar Jahrzehnte, ne, richtig. Und, äh, also ich, ich habe nie gewartet, das kam immer. Ich habe nie, das kam von ganz alleine, ne. Was, was treibt Sie heute immer noch an? Sie könnten ja auch sagen, äh, ich will eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben, aber was, was muss? Ich stehe doch jetzt hier auch und vorhin, äh, war, als ich Fotografen war, bin ich extra nicht gekommen. Ich will das Ganze, ich, ich, ich brauche das nicht, das Zeug. Dieses ganze Theater da, ne. Aber ich habe meinen, ich habe meinen, 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 meinen Anwalt, der wollte, dass ich mit ihm über den roten Teppich gehe. Aber das habe ich nicht geschafft, weil ich dieses komische iPhone, ich, ich kann es da nicht bedienen, richtig. Weißt du, ne, und, und, äh, der, äh, äh, der hat gesagt, ja, dann treffen wir uns hier und ich finde das so toll, dass ich hier so stehe. Wenn die alle kommen, haue ich sowieso ab. Naja, es gibt ein paar Kollegen sozusagen, ne, die ich gerne treffe, wenn die jetzt, weil ich, äh, weil ich, äh, habe eigentlich Plane, was zu machen. Na ja, sagen wir mal, Fernsehen ist ja ziemlich am, 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 am Wackeln. Und, äh, wie soll ich sagen, äh, was jetzt läuft, das ist, äh, nicht Fernsehen, sondern, wie heißt das andere? Ne, na, na, YouTube, natürlich, das, 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 das ist es. Wie heißt das, der, Tag, 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 Tag. Tag, 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 Tag. Ne, der macht zum Beispiel so viel für eine Amerikanische, so eine Serie. Und ich habe eine Idee, aber die werde ich jetzt nicht erzählen, weil das ist, was ich machen will. Aber woher nehmen Sie diese ganze Kraft? Sie können ja auch sagen, andere gehen ja auch in Rente, ich gehe auch in Rente. Nein, das ist ja langweilig. Sehen Sie, ich bin ganz gemütlich. Also ich lasse mich nicht hetzen, das haben Sie beim Film schon nicht geschafft, diese Hetzerei. Und das ist genießen. Aber wenn man nur so hinlegt und in der Sonne liegt, ist das ja langweilig. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt einen Fernsehen oder einen Film machen. Ich habe ja 300 gemacht und das reicht. Das reicht ja. Also ich habe mit so tollen Leuten gespielt und wie auch hier eine ganze Menge, ganz viele berühmte Leute. Mein erster Film war mit Montgomery Cliff zum Beispiel. Was tun Sie heute für sich? Sie sehen großartig aus. Was tun Sie, um gesund zu bleiben? Ich denke gesund. Ich ernähre mich gesund schon lange, lange, lange. Und gehe jeden, ich rauche nicht mehr, ich kiffe mich schon lange nicht mehr und ich rauche nicht mehr. Und Alkohol und so hatte ich nie, das haben wir immer nur erzählt. Und dann, und bleibe authentisch und gehe jeden Tag am Meer spazieren, an der Ostsee. Und das ist es auch. Das ist, wenn du jeden Tag gehst, das mache ich schon seit Jahren. Ich weiß nicht, Dieter Krebst, mit dem habe ich ja auch viel gedreht und so. Und dann der, und der Dieter hat immer gesagt, also wir haben gedreht, dann bin ich nach oben, haben mich geduscht und er auch, da haben wir es getroffen. Er saß an der Bar immer und ich habe gesagt, aha, da hatte er schon seine, seine, ne, seine Dinger da. Und, 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 und ich bin da, wo wir waren, in der Stadt spazieren gegangen, des Nachts, ne, so ein, zwei Stunden. Und, 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 äh, und wenn wir so gearbeitet haben zusammen, da hat sie gesagt, ja, ich sag, Mensch, du musst mal aufhören ein bisschen, du knallst ja so los. Na, hast du doch früher auch gemacht. Ich sag, ja, ja, 40 Jahre her. Und das Leben besteht ja auch darin, dass man sich verändern kann dauernd. Das ist ja das Tolle. Wir haben immer Chancen, also auch mit, wie viele Leute mit dem Rauchen, die können nicht aufhören. Ja, aber dieses Aufhören, was anderes machen, das gibt die Kraft. Das ist es. Das merke ich auch, ne. Und, und, ähm, das ist es. Wenn man, äh, ja, das ganze Theater da, ist ja sowieso lächerlich. Wenn man berühmt ist und die Leute da, das, schön ist es, wenn, zum Beispiel, eben, da war einer, der da vorne, so ein Body-Mann, ne, so ein Secret-Typ, und der sagte, Mensch, Herr Zacher, schön, dass ich Sie sehe, weil, und, äh, Sie haben ja den Film, diesen Film hier jetzt, sagt er, das, 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 das haben Sie ja mitgemacht, weil, ja, und, 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 und da möchte, dafür möchte ich mich bedanken. Das ist schön. Weil ich, dieses, äh, dieses, äh, sich da so dauernd ailen, wenn ich zum Beispiel erkannt werde, ich, ich begrüße die Leute, aber, ja, ich reagiere auf alles. Manchmal ist es auch ein bisschen, wenn ich es nicht will, dann mache ich meine Mützen vorher ein bisschen runter, dass ich, dann habe ich keine Lust, aber, aber, das, das ist es ja, die meisten Schauspieler wollen berühmt werden, und dann sind sie, sagen, ja, ach Gott, da ist schon wieder einer, und, ach Gott, und ich, ja, aber, wenn du mit den Leuten redest kurz, oder, oder siehst nur, wenn die zuscheln, und dann gehe ich hin und mache, ja, ich sehe doch alles, ich höre alles, und, und das ist es. Dann, dann, ähm, Energie, man tauscht Energie aus, ne, und, ich meine, ich will jetzt keine Namen nennen, aber, bekannte Leute, die auch, mit denen ich dann über den Kuhdarm ging, und dann wurden die erkannt, und dann jeder, fast, also 99 Prozent der Schauspieler, wenn sie erkannt werden, machen sie, irgendwas, ne, und tun so, als würden sie es gar nicht merken, dass sie erkannt werden. Und das habe ich gesagt, nicht, da am Anfang gleich, der, mein erster Film, den ich gemacht hatte, und da habe ich gesagt, so, da habe ich das auch gesagt, super, ist ja prima, ne, und dann gesagt, nee, nee, das, das mache ich nicht, mein Leben lang, wie so ein Idioter, ne, und so tun, und das gibt auch Kraft, und nicht, und dann nicht zu denken, und, und die sagen, ich sage, warum mögst du mich dann? Ja, weil sie, weil sie so authentisch sind, und weil sie so, und, 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 ja, ihr mögt doch alle, ja, nee, 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 das stimmt nicht, weil sie sind natürlich, und, naja, und das ist es, das mögen die Leute, ne, und dann, ja, und dann, ja, dann kriegst du das, was du brauchst, und das andere ist alles, pff, pff, pff. Sehr gut gesagt, vielen Dank. Dankeschön.